Das ist eine von 25 Aminosäuren, die der Tiger, der Adler, der Hai mit Eiweißbausteinen hochkonzentriert in die Blutsparen isst. Ja, das habe ich heute auch gemacht. Ich habe einen Döner gegessen, so groß, mit extra Fleisch, Kalbfleisch und davor drei Monate nichts. Und ich bin... Ich bin die Mirka und ich mache es alle kaputt. Ja? Nee, doch, so fühle ich mich jetzt. Da ist das Fleisch schuld. Das Hormon Noradrenalin bei mir im Blut. Das Hormon, das Siegerhormon. Hallo, 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 ich bin hier. Es stimmt uns optimistisch und glücklich. Das krasse Gegenteil... Nee, das wollen wir nicht wissen. Das ist alles veraltet. Das stimmt nicht. Genau. Genauso wie das Noradrenalin gibt es auch das Adrenalin. Das kennen wir, wenn wir zum Beispiel in einer Situation sind, in der wir etwas erschrocken oder aufgeregt sind. Das muss man allerdings immer mit Würde annehmen, dann ist das auch genauso wie das Noradrenalin, das Adrenalin für den Körper als Starkmacher, Gewinner und absoluter Ich-bin-hier-und-un-besiegbar. Wenn du es ohne Angst annehmen kannst, das Hormon Adrenalin, ja, bitte keine Angst haben. Immer Respekt, das ist ganz klar. Aber wenn ihr euch so angestachelt fühlt, dass ihr Adrenalin im Körper produziert, dann bitte keine Angst haben.